In diesem Video zeige ich dir die Fundorte der sechs Truhen im Verbotenen Wald von Hogwarts Legacy. In den Truhen kannst du wieder Beschwörungen, Zauberstabgriffe oder Eigenschaften finden. Also alles Stuff, den du auf jeden Fall auch gut gebrauchen kannst für deine weitere Reise durchs Land. Und dafür habe ich dir natürlich auch immer und erst mal auf der Map gezeigt, wo wir das Ganze finden. Du siehst jetzt hier zum Beispiel in so einem Lager, da müssen wir nach der Truhe suchen. Und außerdem habe ich dir natürlich für jede einzelne Truhe auch nochmal unten in der Videobeschreibung den Timelink eingestellt. So kannst du dich durchs Video skippen, falls dir vielleicht nur das ein oder andere noch im Verbotenen Wald fehlt. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Einsammeln der sechs Truhen und hoffe einfach auch, dass du darüber hinaus bei einem weiteren Guide rund um die Sammelobjekte zu Hogwarts Legacy wieder mit am Start bist. Dafür habe ich dir die Playlist in der Infobox und in der Videobeschreibung eingestellt. Da kannst du dich über den Link dann gerne mal durch die Playlist suchen, falls dir vielleicht das ein oder andere noch fehlen sollte. In diesem Sinn viel Spaß beim Einsammeln und wir sehen uns bei einem weiteren Guide. Au rein und mach's gut! Ja, werdet ihr nur auf den współprhiere, denn kannst du also machen? Alles court�ivation, Pok pilot Blit und Fahrläuter. Das war's. Das war's. Das war's.